Ähm, klitzekleine Probleme und riesengroßen Auswirkungen. Gerne geschehen. Univert. Hallo Papa. Hallo Mama. Was gibt's denn? Geh bitte für mich einkaufen, mein Rücken tut so weh. Okay, aus. Warte. Ich muss groß damit für mein neues Metski. Du, der Mann ist so weit hoch, ich komm nicht ganz groß. Hihi! Lass dir Ruhe. Also, ich bin der Kuni Bert. Ich bin die Kuni Gunde. Herr Riese. Könntest du mir das Wurst wieder oben runterholen? Ich komm raus. Natürlich. Geh, dann bleib für mich. Bitteschön. Dankeschön. Salz, Mehl, Eier, Pimmersack und Brot. Oh, danke schön. Du bist ein netter Zwerg. Jetzt wollen sie auch, dass ihre Eltern sich treffen. Aber Fliesen und Zwerge haben schon seit ewigen Zeiten ein Problem hintereinander. Und können wir sie mal wieder treffen, damit sie mir bei der Hausmung ein bisschen hilft? Okay, aber wir wollen ihn da auch so machen. Und ich habe im Olex eingebogen, dass ich ihm helfen kann bei der Hausmung. Es ist ein Riesen. Herr, das ist ein Malkindchen. Herr, du brauchst einen richtigen Partner. Und deine Mutter ist der Tat. Aber das ist so gemeint. Wieso? Nein, ich werde nicht bedankt, ist der Tat. Ich auch nicht. Tschüss. Ausgleich mit dem Ausgaben, dass sie gleich machen. Keine Ahnung. Bei diesem Vorhaben kann Ihnen natürlich nur ein Zauberer helfen. Wir haben eine Bitte an dich abzunehmen. Das hat mir die Leute gerne gleich besser. Schön für euch. So. Deine Riesenfamilie ist so leid, die tragt sich dir den kleinen, deiner Freundin, oder wie? Nein, meine Familie meint, dass Zwerge zu klein sind, um für irgendetwas zu tragen. Das ist natürlich auch total ein Blödsinn. Das stimmt. Von dir, Kunibert, erwarte ich einen Kopf der Riesen. Und von dir, liebe Kuni-Gunde, eine Goldnüsse der Zwerge. Damit kann man viel bessere Sachen halten. Kunibert klar, dass der böse Zauberer etwas Böses im Schild geführt. Und so machten sich Kunibert und Kuni-Gunde auf die Suche nach Hilfe. Was haben wir hier? Fünf Diamanten und Zalli-Zeug. Eins, zwei, drei, vier, drei, fünf, sehr gut. Und der ist ein Film-Oraki-Gladen. Was soll ich morgen denn anziehen? Oraki-Gebühr fünf Diamanten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na ja, also ich würde unbedingt was anderes als die Spitze anziehen. Und ich würde was mit dir anziehen. Deine Haare. Was ist denn mit dir an Haaren? Oraki-Gebüeuvre fünf Diamanten. Ich würde Sie unbedingt kürzer schneiden, noch ein paar Strälchen mit dir anschauen. Kann man ja eins geben. Ja, guck mal. Hey! Wozu sind wir hier? Was können wir gegen den Wesen zaubern? Ein Radiopult mit Diamanten. Ich habe eine Idee. Ein Luftballon! Mir geht ein Licht auf. Ich habe eine Idee. Wir wollen's tanzen, das schaut nicht wieder an. Sausschen! Ich sieh ein avanzes Herz! Das ist ein Licht auf dem Läden Moment! Ich habe ein Licht! Das ist ein Licht! Ich habe 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 ein Licht. Ich habe ein Licht! Das war ungefähr so. So ein Berg, da steht ein Apfelbaum und wenn ihr den Apfel zauberer gebt, dann kehren sich seine Wünsche hoch. Das ist ein Apfel! Ein Apfelbaum? Ein Apfelbaum, sondern ein zauberer Apfelbaum. Und er wurde von Riesen und Zwergen und Menschen gepflanzt. Würden wir heiraten? Nein, wir dürfen nicht heiraten. Nein, wir dürfen nicht heiraten. Wir kennen alle. Die Riesen und die Zwerge haben früher einen Apfelbaum gepflanzt. Die Riesen haben früher eine Burg gebaut und die Zwerge haben Verzierungen und Bilder gemalt. Die Riesen und die Zwerge haben früher große und kleine Zöne eingebaut, damit jeder rein kann. Wirklich? Wirklich? Ja. Na gut, ihr dürft heiraten. Ja. Danke schön. Das ist mein König. Ich bin endlich schon alles, was ich brauche für den Zauberer. Ich wünsche mir, der König von allen Riesen und Zwergen zu sein. Wah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Zum Glück habe ich ohne Grunde den Apfel noch in den Zaubertrank geschmuggelt und deswegen kann der Zauberer gar nicht wissen, was jetzt plötzlich passiert. Lecker, schmecker, Zaubertrank. Aber jedenfalls fühle ich mich jetzt ein bisschen komisch. Was war denn das? Das war schon krass, aber das war immer schon mein Wunsch. Irgendwie meiner auch. Das ist ja ganz cool eigentlich. Wir brauchen einen Hofnarrn für die Zauberung. Hallo, ich bin ein Hofnarrn. Ist ganz zufälligerweise eine Schnelle frei? Ja! Das rückt sich doch gut. Wir mit, dann melden wir euch zu. Mach und schnau. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, passen. Der Matthias ist eine alte Dame, die wohl schwerhörig ist und aber so genau was hören will. Und deshalb wird sie sehr laut und da und bespricht. Das ist eine alte Dame. Aber auch haben wir...